Ist es Pulton? Guck, da wird jetzt stehen. Pulton war kein Puffer. Oh nein! Hi Leute, ich bin Ava und willkommen bei mehr als Ava. Heute spiele ich mit euch Among Us. Und ich würde mal sagen, wir fangen schon mal gleich an. Okay, dann fangen wir hier mal an. Ich freue mich schon richtig. Oh, hier kommen schon mehr Leute rein. Noch eine Person ist reingekommen. Und wir sind... Okay, wir sind Crewmate. Da sind noch zwei Imposters. Okay, gut, dann machen wir mal unsere Tasks. Oh, das ist so Halloweeny. Okay, gut, dann gehen wir mal an Admin. Admin, Admin. Hier, hallo Baum, hallo Baum. Gut, hier. Oh, das ist einfach dieser Task. Gut, weil wir haben nur drei Tasks. Okay, dann gehen wir mal an Weapons. Die ist hier oben. Gut, ich habe schon bald einen... Oh, ich hasse diesen Task. Ich mag den irgendwie nicht. Oh, 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 oh. Jemand hat was geserbetascht. Unicorn, bist du nicht? Ja, du bist der Unicorn. Paulchen, es ist Paulchen. Emergency Beating. Ich habe Paulchen gesehen, wie er gewinnt hat. Oh mein Gott, Paulchen, du bist ein Mörderer. Äh. Paulchen hat gebetet. Hoffentlich habe ich das richtig geschrieben. Ich habe das einfach ganz genau gesehen. Es war wirklich Paulchen. Oh, keiner wurde ejected. Okay, gut, ich muss aufpassen, dass... Nein, Paulchen, ich geh weg. Geh weg, Paulchen. Ja, gut, jetzt müssen wir aufpassen, dass Paulchen nicht bei uns ist. Oh, da war Paulchen. So, gut, jetzt hoffe ich mal, dass jeder okay ist. Paulchen ist einfach ein Poster, das weiß ich. Oh, hier Licht. Gut, dass wir schon hier sind. Wie macht man das? Licht wieder an. Nur noch das... Oh nein, ich habe jetzt... Hier können wir jetzt einfach jeden, jeder kommen. Oh nein. Okay, gut, ich habe all meine Tasks gemacht. Oh, ich muss noch mal einen machen. Nein, Paulchen, nein, ich bin im Raum bei Paulchen. Bitte sag, ich bin nicht allein. Oh, jemand wurde getötet. Nein, Baum. Baum. Wow. Oh, ich stimme immer noch Paulchen. Ich weiß... Es ist Paulchen. Warte mal, ich mache mal... Uh. Ihr könnt jetzt erst sehen. Das... Was? Da steht es. Paulchen war ein Imposter. Hat doch gesagt. Gut, noch ein Imposter. So. Oh, ich muss hier doch mal admin. Outload data. Wenigstens kann Paulchen nichts mehr machen. Oh, jemand sabotaged. Oh Mann. Oh mein Gott. So. Balken fertig, Balken fertig. So. So, so, so. Task completed. So, jetzt müssen wir zum Licht gehen. Müssen wir fixen. Oh, ich habe voll Angst. Oh Gott. Nele, du hast... Oh Mann, die Tür. Tup, 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 tup. Ich kann die Tür nicht zumachen. Ich kann die Tür nicht aufmachen. Ah. Oh, danke, Nele, danke. Nein, jetzt kann ich diese Tür nicht aufmachen. Oh mein Gott. Yeah. Bäh. Bäh. Bäh, bäh, bäh. Da, gut. Huh. So, also jetzt habe ich schon mal all meine Tasks gemacht. Äh. Bäh. Bäh. Tch. Äh. Also ich denke, das ist nicht ein Horn. Also Unicorn. Unicorn ist es auf jeden Fall nicht. Ähm, ich habe gesehen, wie du kannst Tasks machen. Also Unicorn. Du bist bestimmt inno, oder? Unicorn? Nee? Okay. So, ähm. Worauf wartest du? Oh nein. Oh nein. Ein Oxygen. Oh mein Gott. Puh. Okay, gut. Ich stresse hier ein bisschen. So was. Sollte ich jetzt eigentlich machen. Okay. Acht. Zwei. Acht. Drei. Fünf. So. Yay. Ich war die Einzige, die das gefixt hat. Oh, da ist noch. Es war Paulchen und Nele. Okay, gut. Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Okay, Nele ist auch wieder daheim. So. Ich warte noch ein bisschen. Neue Runde, neues Glück. Ich nehme jetzt mal meinen Hamster. So. Jede Runde mache ich ein neues Tier. Finde ich süß, dieser Hamster. Der sieht so aus, als ob er richtig Angst hätte. So. Okay, dann fangen wir mal an. Oh, Nele, wir haben die gleichen Ohren. Oh, hier ist wieder Unicorn reingekommen. Hi, Unicorn. Gut, dann jetzt fangen wir mal wirklich an. Okay, und wir sind wieder Crewmates. Egal, egal. So, Hamster. Komm, komm, Hamster. So. Gut. Oh, wir haben eigentlich ein Tast im Atmen. Ganz viele sind zusammen. Ich bleibe mal hier bei Jun. Also, Paulchen, du kannst es nicht sein, weil Paulchen war schon letzte Runde. Oh, Licht wieder. Hm, ja. Wie macht man diesen Tast? Ich weiß nicht, wie das geht. Oh, so. Ja, ich habe es gemacht. Ich habe es gemacht. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich habe es gemacht. Oh, ich habe hier noch einen Tast. So, hier. So. Ja, ich habe es gemacht. Gut. Hm. Ich will mal wieder hier hoch. In Webform. Oh, ja, hier in Atmen. Zweifelskart. Eigentlich ist, Paulchen hätte eigentlich nochmal sein können, weil ich war mal in der, ich war mal dreimal hintereinander im Poster. Wir denken einfach mal, Paulchen ist inno. Gut. Hier. Dieser Tast ist eigentlich voll einfach. So, jetzt müssen wir zum Reaktor gehen. Hm, manche muss, wo ist der Reaktor? Der ist ganz da hinten. Müssen wir weit laufen? So, eh. Ist mir so schwierig mit dieser Karte. Oh, oh. Oh, oh. Komm, aus Sabotage. Oh, nein. Gut, die. Dieser Imposter ist so richtig, ja. Oh, ich hasse diesen Tast. Ah. Der Sabotage so richtig viel, finde ich. Okay, gut. All diese Leute sind es nicht. Es ist Einhorn. Er hat so, nein, 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 es ist nicht Einhorn. Sie war einfach zu spät. Sie war einfach zu spät. Sie war einfach zu spät. Puh, hatte ich mal ganz kurz Angst. Gut, dann gehen wir mal zum Reaktor. Da ist der Reaktor. So, oh, nein. So, bap. Und da, da, da. Oh, das ist dieser Tast. Oh, nein, 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 nein. Oh, Maggie. Oh. Nein. Oh, Maggie. So, ein Floor. Oh. 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 Hm. Ich glaube, Nele. Warum Nele? Hm. Ich wog noch nicht. Ich wog noch nicht. Äh. Ups, ich habe nicht gewordert. Upsis. War Nele Imposter? Oh, Nele war Imposter. Oh Gott. Neue Runde, neue Runde. Okay, neue Runde, neues Glück. So, hier. Pet, jetzt machen wir mal. Ich mache hier mein Hundi rein. Oh. Gut, so. Warten, warten. Sie ist so herumgeschlichen. Gut, dann fangen wir mal an. Keine Zeit mehr zum Umziehen. Wir fangen an. Irgendwie immer muss ich in Atmen gehen, um mein Carl zu swipen. Ich denke, wenn wir erst mal all unsere Tasks gemacht haben, weil ich gucke mal, ob jemand... Okay, gut, zwei Leute sind in Weapons. Ich denke, wir gehen dann mal in Security, um nur zu gucken, was hier alles passiert. Oh nein, oh nein, Oxygen. Weil letztes Mal war ich in Security-Kundi, da kann man auch sehr gut sehen, ob da ein Mörder ist. Gerade, als ich Mörder gesagt habe. Nele, nein. Wo? Oh nein, Arme Nele, Arme Nele. Hm. Wo, wo? Hm. In Atmen. Oh, ich mache mal dieses kleine Gesicht. Und so, uh. Hm. Also, wie gesagt, ich habe keinen gesehen in Atmen, da. Und als wir geguckt haben, haben wir nur zwei Personen in Shields geguckt. Ich habe Orange in Umbringen gesehen. Also, es könnte jetzt sein, dass Leni das einfach sagt, wo sie es ist, oder es ist Pauten. Sorry, Pauten. Sorry. Sorry, Pauten. Sorry, Pauten. Oh, Pauten war es. Okay, das war eine Stellrunde. Okay, gut, neue Runde, neue Skrull. Ähm, also, die letzte Runde konnte man nicht wirklich eine Runde nennen. Also, ich behalte noch mal die Hühnchen. Hm. Ähm, gut. Dann starten wir schon mal das Spiel. Jeder bereit? Ich denke schon. Gut. Wieder Kumi. Ich bin nie im Poster. Hm. Ein paar Süßigkeiten essen. So, hier. Ähm, wo ist das? Warte, eigentlich, jetzt können wir sehen, ob... Ist es Paulchen? Ist es Paulchen? Der hat gefaktastet. Eigentlich sollten da so Blätter rauskommen. Pauten macht fake Tasks. Uh. Oh, jeder hat geskippt. Schade. Aber es ist wirklich Pauten. Da hätte eigentlich so Blätter rausfallen sollen. Wenn ich jetzt Pauten noch mal sehe, wie ein Mad Baby. Warte, ich verfreulich jetzt habe ich noch mal Pauten. So, Pauten, machst du echte Tasks? Oh, es ist Paulchen. Da sollen Blätter rausfallen. Warte mal, oder? Ich verfolge noch ein bisschen Pauten. Sorry, Pauten. Ich könnte jetzt sehr einfach getötet werden, aber... Dafür braucht man nicht so lange, oder? Bist du es, Paulchen? Oh, jetzt ist mir noch Pauten. So, Pauten. Was machst du? Wo bist du? Wo bist du? Bist du, Paulchen? So, hier. Gut, Paulchen. Was machst du denn so? Oh, ich weiß nicht, warum ich ihn jetzt verfolge und nicht meine Tasse mache. So, Paulchen. Paulchen. Okay, ich habe ihn verloren. Okay, dann gehe ich mal... Oh! In Navigation. In... Na... V... V... Navigation. Navigation. Ich mache Paul. Ich sage es, es ist Paulchen. Paul... ...tön. Ist es Paulchen? Guck, da wird jetzt stehen. Oh! Paulchen war keine Postle. Oh, nein! Oh, oh! Oh, oh! Wenn jeder... Wenn einer jetzt stirbt... Und die denken, dass ich bin, weil ich Paulchen dauernd gesagt habe, scheinbar ist da. Oh, nein! Okay, gut. Dann müssen wir ganz schnell in Security. Nein! Ah! So, gut, gut. Alles ist okay. Alles ist okay. Warte, wo ist Security? Oh, ich bin hier. Oh, muss man hier rufeln? Nein, jetzt habe ich so Angst. Ne, nicht da. Oh, mein Gott. Oh, nein. Tut mir leid, Paulchen. Tut mir leid, Geist Paulchen. Neil ist da drüben. Also, jeder ist in separaten Räumen, denke ich. Emergency Meeting, okay. Was ist? Hattet ihr, ich gucke, ob mal jemand schon geschrieben hat. Keiner schreibt was. Nein, ich bin es nicht. Nein, 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 ich war es nicht. Nein, ich war es nicht. Ihr könnt, nein, nein. Komm, oh, bebebe, du, Nele, warum denkst du, ich bin es? Ich habe nie gewinnt, den war so. Fein, Fein, Nelo, Nelo, hey, Nelo, hi, Nelo. Oh, ich denke, ich weiß, wer es ist. Nelo hat gerade einen Tast, hat so getan, dass wir einen Tast machen, der Tast war, ist über, hochgegangen. Oh, ist es Lina oder, ich habe vergessen, wie der heißt. Oh, nein. Ich weiß, okay, Nelo, wir müssen zusammenbleiben, wir müssen zusammenbleiben. Oh, nein. So, Nelo, keine Sorge, ich bin kein Imposter. Paul hat das Spiel verlassen. Okay, jetzt sind die Tast wieder runtergegangen. Oh, nein. Oh, ich habe ja auch keine Tast gemacht. Muss ich hier mal meine Tast machen? Oh, nein. Oh, nein. Das ist schlecht. Okay, gut, jetzt müssen wir einfach mal alle Tasks machen. Alle Tasks. Und hoffen mal, okay, dass wir so schnell genug fertig machen. Nein, ich muss Lichter fixen. Es war Leni. Habe ich doch gesagt, habe ich doch gesagt. Also, ich würde mal sagen, das ist jetzt die vorletzte Runde. Also, hier haben wir jetzt mein Tierchen. Also, nicht wirklich ein Tierchen, hier haben wir jetzt das kleine Kindchen. Oh, sie hat gesagt, es tut mir leid. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay, Leni. Es ist okay. Oh, es ist voll süß, dass sie sich einfach entschuldigt hat. Schaut dazu, Leni. Ist doch nicht schlimm. Jeder. Ja, Nele, du hast recht. Ja, Nele. Nele auch nett. Also, wir warten noch ein bisschen. Okay, dann starten wir halt. Oh, wir müssen noch ein bisschen warten. Oh, doch, fängt an. Jetzt hoffen wir mal, ich bin endlich ein Poster. Oh, ich bin ein Poster. Oh, la, la, oui, oui. So gut, Leute. Hi. Also, wir dürfen keine Tasks machen. Keine Tasks machen, wo man sieht, dass man die nicht macht. Weil, zum Beispiel, da bei Weapons, da, wenn man hier diesen Tasks machen würde, müssten, wenn man Crewmate wäre, da so kleine Bullets rausfliegen. Also, ja. Hi, Maggie. Tschüss, Maggie. Fett. Schnell. Oh, nein. Ich kann nicht da rein. Ich kann auch nicht hier rein. Da ist auch der. Oh, nein. Oh, was war ich hier? Nele. Okay, süß. Oh, krass, wurde der vorne befreundet. Oh, nein. Oh, mein Gott. Ja, bist du? Hier hat es fragt, Leni, bin ich jetzt in deinem Video? Ja. So im Flur. Also, ich war es nicht. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Ich skippe. Skip. Ihr skippt, weil ich war es nicht. Warum würde ich mich selbst quoten? Keiner wurde weggeworfen. Skippt. Hoffentlich finde ich... Okay, gut. Also, jetzt müssen wir hier ein bisschen... Play it. Also, wenn ich jetzt eine Person noch töte... Oh, das hört sich so brutal an. Eine Person noch töte. Dann habe ich das Spiel gewonnen. Oh, ich war es noch ein bisschen. Hi, Leni. Hi. Oh, nein. Okay. Nein, nee, nee. Oh, Nele. Hi, Leute. Ich bin's. Boom. Gewonnen. Gewonnen. Das ist jetzt wirklich die letzte Runde, Leute. Letzte Runde. Oh, das macht voll viel Spaß. Letzte Runde nehme ich keinen Patch. Und ich habe Teufelsdinger für letzte Runde. Oh, hi, Isabel. Habe ich noch einen Rahmen richtig gesagt? Können wir es auf Public machen? Nein, können wir es leider gar nicht. Ähm, ich war noch ein bisschen. Und jetzt fangen wir an. So, das ist jetzt, Leute, die letzte Runde. Crewmate. Ein Imposter. Hi, Leute. Ich bin kein Imposter. So. Submit scan. Leute, Leute, Leute. Ihr könnt jetzt sehen, dass ich inno bin. Guck. Guck. Warte. Ihr könnt. Hier kann man jetzt sehen, dass ich inno bin. Ähm. Weil. Hier. Kann man jetzt sehen, dass ich inno bin. Das benutze ich jetzt auch. Guck. Bin gut. Bin gut. Oh, oh. Guck mal schauen. Arme, Maggie. Oh, nein. Wo? In O2. Oh, ähm. Warte, ich sag. Ich war in Mad Bay. Ich schieb. Okay, gut. Oh, das ist richtig. Huch. Gut. So. Okay. Isar. Okay. Uh. Kommen sich ein paar Leute. Oh, nein. Keiner wurde rausgemacht. Skipped. So. Huch. Gut. Dann gucken wir mal weiter. Oh, wir müssen nochmal machen. Mal scannen. So, jetzt kann jeder gucken. Leute. Leute. Wenn ihr sehen wollt, dass ich inno bin, dann. Leute. Warte, ich guck da mal ganz kurz in Admin, wo jeder ist. Also, jemand ist. Keiner ist in Mad Bay. Ein paar Leute sind in Storage. Komm. Nee, das ist nicht. Oh, du hast da in Mad Bay keinen Task. Dann muss halt keiner meinen Task sehen. So. Oh, das ist da. Oh, nein. Lichter wieder aus. Aber ich hasse einfach diesen Scan da. Also, diesen, ähm, DNA-Ding oder so. Ich finde die immer so doof. Ich kann den. Ich verstehe den Task irgendwie nicht. Oh, wurde schon gefixt. Aber ich muss eh hier in den Electrical gehen. Oh, wie geht das da? Äh. So. Ah, ja. So. Und. So. Gut, gemacht. 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 Jetzt müssen wir nur noch in Admin gehen. Und dann habe ich schon einmal die Tasks gemacht. Also, fast einmal die Tasks. Ich muss noch mal in andere Plätze gehen. Ja, dachte ich mir ja schon. Okay, gut. So. Ist gut, dass wir alleine sind. Hm. So, hier. Da. 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 So. Gut. Nur noch einen kleinen Task. Und dann haben wir schon einmal in die Tasks gemacht. Nip. Bip. Dip. Die Tür ist geschlossen. So. Wie kommen wir denn noch wieder dahin? Ähm. Mal schauen. Und hier ist zum Glück die Tür offen. Oh, Deadbody reported. So, ich schreibe mal ganz kurz. Oh, oh. Oh nein, Nelo. Oh. Gegenüber von Security. Also, ich nehme Isabel. Sorry, wenn ich deinen Namen falsch gesagt habe. Nur du hielst halt nicht. Also, was ist das? Oh, sie hat mich geboatet. Aber ich bin es nicht. Und? Oh nein. Leny war es. So, das sind jetzt alle Runden, die wir gespielt haben. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und ihr seid auch richtig gute Impostors. Ja. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen. Wir lassen dann nach oben da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis den lieben. Mua. Ciao. 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 Ciao.